Hanel Soft Reloaded – effiziente Lagerverwaltung für die Anforderungen der Zukunft. Durch die permanente Weiterentwicklung und durch intelligente Zusatzmodule sichern wir die Verwendung von Hanel Soft als universelles Werkzeug für unterschiedlichste Lageranforderungen. Das Hanel Lagerverwaltungssystem Hanel Soft präsentiert sich in noch fortschrittlicherem Design, ausgestattet mit den neuesten Technologien und einem Bedienkonzept, das Maßstäbe setzt. Komplexe Abläufe und Prozesse werden einfach und logisch visualisiert. Der auf Tabs basierte Aufbau der Oberfläche sorgt für eine optimale Übersicht der Anwendungen. Der überarbeitete Konfigurator von Hanel Soft ermöglicht die Verwaltung und Steuerung beliebig vieler Lagerlifte sowie die Integration von Regallagern und anderen Lagerbereichen. Die Feinstrukturierung der Lagerflächen erfolgt im Tabla-Editor, mit dem beliebig Lagerbehälter angeordnet und Tablarvorlagen erstellt werden können. Für eine maximale Lagerübersicht können Tablare und Lagerbehälter in 3D visualisiert werden. Durch die genaue Definition von Behältertypen in verschiedenen Größen wird die optimale Ausnutzung des Lagers erreicht. Durch das weiter verbesserte Hanel Soft Picture besteht die Möglichkeit, Bilder und Zeichnungen einem Artikel zuzuordnen. Das Bild ist in allen Artikel- und Lagerlisten sowie den Medienterminals der Lifte verfügbar. Mittels der plattformunabhängigen Programmierung kann Hanel Soft auf Tablets oder Smartphones eingesetzt werden. Dank der Browser-Anwendung ist ein Zugriff auf die Lagerdaten überall und ortsungebunden verfügbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.